Wir sind hier in der wunderschönen Institutsbibliothek des Institutes für Wildbiologie und Jagdwirtschaft und hier das Golscher Kartenpräparat. Vielen Dank an den Präparator. Wir haben das Tier vor zwei Jahren bekommen. Der Burgenländische Jagdverband hatte das Straßenfallwild registriert und weitergeleitet an die Naturschutzabteilung. Ich habe dann das Tier von der biologischen Station geholt und jetzt ist es präpariert. Ich habe es heute abgeholt und das wollte ich einfach auch mal herzeigen. Meldungen sind nach wie vor ganz besonders wichtig. Handfeste Meldungen, so wie Straßenfallwild oder Fotofallenbilder erlegte Tiere. Wir werden uns auch in Zukunft die Mageninhalte anschauen. Das ist immer ganz besonders spannend. Was fressen Sie denn? Das ist eine ganz häufige Frage und die wollen wir jetzt auch die nächsten Jahre dann ansehen. Was interessant ist, falls Sie die Broschüre noch nicht haben, schreiben Sie einfach kurz. Wir schicken die gerne auch zu. Ansonsten ist sie auch online verfügbar. Ich möchte mich auf diesem Weg ganz besonders bei den Kooperationspartnern bedanken. Ohne Ihre Mit Hilfe würde das Projekt nicht so gut gehen. Und bitte nicht gleich aufgeben, wenn ich nicht sofort erreiche. Ich glaube, Ihnen einfach nochmal probieren oder eine E-Mail schreiben. Und da ich nicht zu Ihnen allen fahren kann und das natürlich gerne würde, mag ich Ihnen hiermit sagen, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Auf diesem Wege wünsche ich schöne Feiertage. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit auch in Zukunft. Auf bald! 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 Bis zum nächsten Mal.